Hekateios von Abdera war ein antiker griechischer Geschichtsschreiber, Geograf und Philosoph. Er wirkte um 300 v. c. h. r. Leben. Exakte Lebensdaten sind nicht bekannt. Hekateios von Abdera war Zeitgenosse Alexanders des Großen und lebte noch während der Regierung Ptolemius i. Sota von Ägypten. Bereits in der Antike wurde Hekateios von Abdera mit dem gleichnamigen Forscher aus Miele verwechselt. Unstimmigkeiten gab es im Altertum ebenfalls über die Geburtsstadt des Hekateios. Neben Abdera wird auch Theos angegeben. Unter Ptolemius I. lebte Hekateios in Ägypten, davon 15 Jahre in Alexandria, später zog er als Beamter des ägyptischen Königs nach Sparta. Weitere Stationen aus seinem Leben sind nicht mehr bekannt. Nach der antiken Überlieferung soll Hekateios ein Schüler des Skeptikers Pyrrhon von Illes gewesen sein. Werke Als Autor war Hekateios vielseitig. Sein Hauptwerk war die Geschichte Ägyptens, eine Schrift mit wertvollen kulturhistorischen Informationen. Da Hekateios selbst in Ägypten lebte, wird er viele Dinge aus eigener Anschauung beschrieben haben, aber auch zahlreiche ältere Überlieferungen kompiliert haben. Vermutlich handelte es sich um eine Schrift mit politischer Tendenz, da Hekateios diese auf Veranlassung des Königs Ptolemius I. verfasste. Dabei vertrat er ein hellenistisches Konzept. Hekateios idealisierte das Nelend und behauptete, alle Kultur habe ihren Ursprung in Ägypten. Das Werk diente etwa Diodora als Quelle für die Geschichte Ägyptens. Eine weitere Schrift behandelte die griechischen Dichter Huma und Hesiod. In seinem Buch über die Hyperbaria beschrieb Hekateios ein geheimnisvolles, mythisches und fiktives Volk im hohen Norden Europas. Unklar ist, ob er die ihm zugeschriebene Schrift über die Juden wirklich verfasst hat. In der modernen Forschung wird meistens nicht davon ausgegangen. Alle Werke des Hekateios sind nur noch in Fragmenten erhalten. Hekateios von Abderraza in einer recht konstruierten Argumentationskette durch die Erinnerung der Juden an das Erlebnis der Xenielasidären, Misanthropie und abschottenden Sitten begründet. Dennoch sieht die neuere Forschung in ihm keinen philosophischen oder gar antisemitischen Autor mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017